Das war's für heute. des Westerkreises Herrn Uwe Mami, sowie dem Bezirksleiter der IKK Saarbrie, Herrn Dani Müller. Schalalalalala... Schalalalalala... AEMC, schalalalalala, AEMC, schalalalalala, AEMC, schalalalalala. ...dieses Spiel zu organisieren und durchzuführen, dafür herzlichen Dank an den FC Kreisbach. ...dann das Spielgesteigspann lauten in einem positiven Spielrad, die oft oder sehr oft die richtigen Entscheidungen getroffen sind. Daher auch mal ein Kompliment an das Spielgesteigspann. ...dann die beiden Siegermannschaften. Mein Kompliment geht an den SV-Elversberg. Ich weiß, wie sich jetzt die Spieler fühlen. Wenn man in einem Endspiel steht, möchte man dieses Spiel auch gewinnen. Aber ihr müsst mal vielleicht zurückdenken, was euch überhaupt hierher ins Endspiel gebracht hat. Das waren hervorragende Spiele auf Kreisebene, dritte Spiele im Achtelfinale, Mittelfinale und Haarfinale. Heute hat es nicht ganz gereicht. Dennoch, denke ich, habt ihr im Herzen des Wieserbrücken das Leben schwer gemacht und ein Kompliment verdient. Und herzlichen Glückwunsch für einen hervorragenden zweiten Platz an den SV-Elversberg. ...dann die zwei Minuten gewonnen. E-K-Jugend-Sahrland-Pokal-Liga 2014, der erste S-E-S-S-M-S-Abrücken. Herzlichen Glückwunsch! Superfest! 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 Gib mir ein B! Gib mir ein A! Gib mir ein Superfest! Ausrufezeichen! Und wir singen! Ausrufechen! 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 ADFC Der FCS ist zu bezwingen und schießt der FCS ein Tor, so jubeln seine Fans im Chor. Schalala und Schalali, den FCS schlägt niemand nie. Ai, Ai, Futs!